Moin zusammen, und weiter geht's mit Trey, Brutsitzen. So, ja, wir haben unsere Kumpels verloren in der ersten Folge, haben uns die Brutchen hinten links ein bisschen kaputt gemacht, sind in der Brutenstadt gelandet und hier geht's jetzt weiter, kurz umschauen, ob da geht's noch nicht wirklich irgendwo hoch. Rollen wir einfach mal die offenen sichtlichen Weg. Was ist denn da, die Rattenviecher? Das war schon witzig. Oh oh, da geht Licht an. Was sind denn das für Ratten hier, ey? Wenn wir hier nach links, oder hier weiter, dann wird er schon wieder... Was? Guck mal! Was ist geworden? Oh! Das war's. Follow me, okay? Ah, da, jetzt ist's. Kleiner Eimer. Ah, was ist denn da? Ich darf selber reinlaufen. Oh, okay. Ja, man hätte wahrscheinlich den Eimer fallen lassen sollen, dass er hier reinfällt. Ja, zum Glück werde ich nicht selbst geschreddert. Das ist sowas von typisch Katze. Das runterschmeißen. Da rüber. Oh, irgendwie war's gerade am Kuppeln. Ah, ja. Woll, weg. Alles runterschmeißen. Im Teppich. Ah, hupfen. Okay, ich dachte, ich kann eine Wurst drauflegen oder so. Wollt ihr das ja auch noch alles runterschmeißen? Ja, natürlich. Aha. Da, das war's. Bierce. Wasser. Bierce. 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 Ah, hier über die Kisten, über die Kisten, über die Kisten, über die Kisten. Oh. Was ist das für mich? Flaschen runterschmeißen? Das ist weg. Ja, komm, unters Gesicht ranreiben. Muss man nicht. Ach nee, sonst immer, die Viecher. So weiter. Okay, dann wurde hier automatisch zwischengespeichert. Das ist weg, 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 weg. Das ist weg, weg, weg. Oh, da muss ich, ja, komm. Schöne Zettel, hau ab. Boah, wo kann ich hier lang? Katsache, jetzt geht's auch lang. Boah, Alter, wie viele sind das, ey? Oh ja, weg. Wir hätten einen Sprung in die Freiheit. Ja, wo kommen denn die ganzen Zecken her? Ich dachte, die wären alle auf Süd, ey. Wie schön ist. Gibt's überhaupt weiter? Geh nochmal nach drinnen schauen. Warum kommt man nicht rauf? Nein, nee. Ja, dann scheint es auch hier weiter zu gehen. Oh, oh, nicht abstürzen. Okay, wieder relativ sicheren Boden unter den Boden. Ah, clever. Okay. Geht's dann wahrscheinlich nicht weiter. Ah, sehr linear gehalten. Also, so ein, zwei Abzweigungen, wo man sich mal irgendwie... anders entscheiden konnte, so wie eben mit der Flucht. Ansonsten ist der Weg wohl immer vorgegeben. Ach, Töpfe. Runterschmeißen. Aha. Los. Kaputt. Aha. Gut, der letzte mit Schwung. Und der hat richtig gescheppert. Ach, da geht's weiter. Sind doch wieder so eine Tappen da. Hatten wir jetzt, ne? Nee. Allein. Ja, die Neonschilder, die geben auch immer so ein bisschen den Weg vor. Ah, hat er manchmal bestimmt. Ja, cool. Okay. Ah, da oben. Ah, schade. Ich dachte, die Kamera legt mir nochmal zu. Hier geht's jetzt weiter. Hier bin ich dann schon richtig. Boah, hab ich mich geschreckt. Ich bin schon wieder, ey. Ah, hier. Ist weiter? Und hier Richtung scheint's nicht zu gehen. Beseite? Nee. Das Brett umkippen. Könnte auch nicht an. Ah, jetzt hab ich's. Nee, die Plänke bricht jetzt wieder oder wird's weg? Jetzt nicht rauf. Mal rüber. Ich fand, da kam ich da, ne? Geht's weiter. Ja, guck mal, wenn das keine Einladung ist. Ja, guck mal, wenn das keine Einladung ist. Ja, wenn man wahrscheinlich von der Gegenüberliegendeinseite hier auch haut. Das hat er auch schon wieder nach... Ja. Nachgegeben, ja. Okay, komm ich da jetzt weiter. Ah, hier, guck mal, ganz einfach. Ich dachte, ich muss irgendwie ein Rätsel lösen, um die Tür aufzubekommen. Ja, kleine Katze schummelt sich einfach durch. Ich will bestimmt wieder einen Eimer oder so reinschmeißen, ne? Ich hab einfach die Batterie weggenommen. Nehmen die mal mit. Die Wohnung! Dann würde ich sagen, mach ich hier noch eine kleine Pause und dann geht's gleich weiter. Macht auf jeden Fall Spaß. Viel Spaß weiterhin mit Stray. Gleich geht's weiter. Ciao und ciao.